Hallo, mein Name ist Christian und die sechs Monate sind schon wieder um. Zeit für einen Nachfilterwechsel. Wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Wir benötigen jetzt einen neuen Aktivkohlenachfilter für unsere Wasserfilteranlage. Teflonband, die alten Eckstücke aus dem alten Nachfilter und gegebenenfalls einen 16er Maulschlüssel. Unser Tipp, nimm den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Wir schließen als erstes den Kaltwasseranschluss unter der Spüle. Wir schließen den Tankanschluss und öffnen die Armatur für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Wir legen uns vorsorglich ein Handtuch unter den Nachfilter und können jetzt die Verbindung auf der linken Seite des Nachfilters mit dem Maulschlüssel lösen. Fangt das restliche Wasser aus dem Schlauch mit dem Tuch auf. Wir lösen jetzt die Verbindung auf der anderen Seite. Und legen uns auch hier wieder ein Tuch unter den Nachfilter. Wir lösen die Schlauchverbindung Richtung Tank mit Hilfe des Maulschlüssels. Wir drehen uns die Anlage ein Stück nach vorn, um die Verbindung auf der Rückseite einfacher lösen zu können. Mit dem Maulschlüssel drehen wir auch hier die Mutter los und ziehen den Schlauch heraus. Entnehmt den Filter jetzt aus den zwei Halteklammern. Bedeckt den unteren Teil des Filters mit dem Tuch, um austretendes Wasser aufzufangen. Wir drehen die beiden Eckstücke aus dem alten Nachfilter heraus, damit wir sie für den neuen Nachfilter verwenden können. Den alten Nachfilter ohne die beiden Eckstücke könnt ihr jetzt im Hausmüll entsorgen. Mit dem Teflonband umwickeln wir im nächsten Schritt die beiden Gewinde der Eckstücke. Das neue Teflonband kann dabei über die alten Teflonreste gewickelt werden. Dreht das Band dabei 15-17 Mal stramm um das Gewinde. Das Gewinde ist unter dem Teflonband noch leicht sichtbar. Mit dem Daumen ziehen wir das Ganze noch einmal glatt und die vordere Öffnung sollte frei sein. Wollt ihr mehr nützliche Tipps? Dann bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich. Wir nehmen uns jetzt den neuen Nachfilter zur Hand und entfernen die Schutzkappen auf beiden Seiten des Filters. Übrigens, der Pfeil auf dem Filter zeigt dir an, in welche Richtung das Wasser durch den Filter fließen sollte. Das vorbereitete T-Stück setzen wir jetzt gerade in das Gewinde ein und drehen es von Hand fest an. Das Eckstück drehen wir auf der anderen Seite des Filters ein. Den neuen Filter können wir unter Berücksichtigung der Flussrichtung wieder in die zwei Halteklammern unserer Wasserfilteranlage zurücksetzen und stellen im nächsten Schritt die Schlauchverbindung wieder her. Wir nehmen uns den losen Schlauch an der Anlage und stecken ihn in die Öffnung des T-Stücks. Von Hand drehen wir die Mutter am Gewinde fest und nutzen den Maulschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Den losen Schlauch vom Tank führen wir hier in die Öffnung und drehen die Mutter von Hand fest. Nutzt gegebenenfalls den Maulschlüssel, um das Ganze noch einmal leicht festzuziehen. Als letztes stellen wir die Verbindung zum Wasserhahn wieder her. Wir nehmen den Schlauch und stecken ihn tief in die Öffnung des Nachfilters. Von Hand drehen wir die Mutter fest. Nutzt gegebenenfalls den Maulschlüssel noch einmal zum Fixieren. Glückwunsch! Der Nachfilterwechsel ist abgeschlossen. Wenn ihr die Membrane im Anschluss nicht wechseln wollt, dann könnt ihr die Anlage jetzt wieder in Betrieb nehmen. Wir öffnen dafür den Tankanschluss und öffnen den Kaltwasseranschluss in Flussrichtung. Das erste Wasser wirkt oft leicht dreckig und schmeckt bitter. Daher unser Tipp, lasst eine halbe Tankfüllung durchlaufen, um den Kohlestaub aus der Anlage zu spülen. Setzt abschließend den Schwamm zurück in den Aquastop. Eure Anlage ist jetzt wieder betriebsbereit. War das Video hilfreich? Dann vergiss nicht uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Und liken und abonnieren und Glocke klingeln und kommentieren. Follow me! Bis zum nächsten Mal.